und herzlich willkommen zu einer neuen folge live und jetzt wundert ihr euch vielleicht höfisch schon wieder level 1 das event ist doch vorbei ist es auch das ist ein anderer level 1 char und zwar habe ich ja gesagt dass ich gelegentlich ab und zu wie auch immer mit loon moon spielen werde und das ist jetzt so ich kann automatisches angreifen für 1 dass ich mir dafür einen neuen elm mache also linien nun wird dann quasi wegfallen ich werde alles geld was hier hat alles verkaufen die gesamte bank quasi einfach auf den schar hier rüber traden es ist natürlich schade die hat noch ein paar segengebundene items aber ich meine es jetzt nicht so schlimm sie hat jetzt nichts besonders großartiges von wert und ich meine es sind wie gesagt segengebundene sachen also ich meine ich kann sie nicht tauschen von dem her ist egal ob die wertvoll sind oder nicht und der em bei dem mona ist scheiße wirklich nur der supporter sicherlich wenn er master werden würde könnte man in full str machen und irgendwie als tank benutzen aber das problem was man immer unterschätzt was ich mir vorher auch immer dachte ist eigentlich voll einfach machst du entscheidend für full str dann ist es ein tank ja es ist nicht ganz so einfach weil ein richtig guter tank braucht in der regel eigentlich auch eine hohe eine hohe def und am besten vor allem als ringmaster und eine gute magiebeschleunigung damit er dann auch erzählen buffen kann ganz gut also muss schon noch ein bisschen mehr als nur def und ap und nur der nur durch die str kriegt man nicht so viel def tatsächlich also wenn man da kein z plus 10 oder so hat und nicht noch wirklich deutlich mehr str und der verweckt oder so dann hat man da nicht so gute karten also nur die full str stattung reicht vielleicht für kleine dungeons und so reicht es auf jeden fall das ist keine frage aber wenn man wirklich was tanken wird dann naja nicht so krass genau aber ist ja egal spielt sie gar keine rolle ja durch die anfänger random box ist es auf jeden fall absolut kein problem durch das neue leveler leech verhältnis von 24 level ist auch das kein problem also wir müssen den schatz gerade mal auf 52 ziehen und wundert euch jetzt nicht dass ich mich mit de la supporte ja jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere höh wenn es der ohne alles er misst darfst du jetzt hier eigentlich nicht mit de la supporten das ding ist einfach und das ist auch der grund warum ich den schatz mache einerseits männlich für treue level weil das jetzt nicht so eine große rolle spielt tatsächlich weil ich meine es ist ein char auf dem ich nicht so oft einloggen werde aber tatsächlich könnte ich dann noch das treue level ein bisschen afk lewin das problem ist der ohne alles char also lun mun der ist ja von folge lasst mich nicht lügen aber irgendwo im 300er 2 300er bereich irgendwie sowas auf jeden fall ist schon mindestens zweieinhalb bis drei jahre her also ist ein ziemlich alter charakter von mir also relativ zumindest das ist auch einmal auf einem von meinen älteren accounts und damals hatte ich halt nur fünf accounts oder sechs accounts und da habe ich ihn halt einfach neben arz und mir auch gemacht weil ich mir dachte wenn ich mit dem ohne alles char spiel brauche ich also mir auch nicht gleichzeitig online haben brauche ich jetzt so gesehen theoretisch auch nicht unbedingt aber da muss ich halt jedes mal umloggen kann ich in der party bleiben mit cetera et cetera also ist halt einfach umständlicher für mich und wie gesagt dann kommt noch das mit dem treue level hinzu plus wir sind jetzt mit linem und eh noch nicht so weit ist glaube ich level 68 oder 69 also das spielt jetzt also das ist jetzt kein großer verlust vor allem weil die ja immer nur mitgezogen wurde ich meine allein in den letzten videos vom secret drop event ihr habt ja gesehen die ist vier oder fünf mal gestorben also die hat irgendwie 20 prozent bekommen und ist fünfmal gestorben hat wieder 15 prozent verloren oder 15 bis 18 prozent also das war sowieso ein bisschen dämlich ja also ich finde es jetzt nicht so schlimm wie gesagt der zeitaufwand ist jetzt nicht besonders groß sicherlich ein zwei drei stunden sowas dauern mit den plus dreier schmuck also den benutze ich zumindest aber es wird jetzt kein gigantischer zeitaufwand jetzt ist es eh kein event mehr das heißt man sowieso viel freizeit sage ich mal also nichts wirklich zu tun und deswegen mache ich das einfach nebenbei während meinen dungeon runs und was ich jetzt sonst noch so mache jetzt und auch immer im urlaub wird es dann sollte kein event kommen dann meine hauptbeschäftigung sein wahrscheinlich weil ich ein bisschen bock drauf habe auf dem blade weil ich spiele eigentlich gar kein blade mehr deswegen ist es eigentlich ganz lustig dass jetzt mein ohne alles char quasi die stärkste klasse ist und alle meine anderen klassen schwächere klassen sind obwohl ich die voll mit geld voll mit geld pumpe genau und ja ich hoffe auf jeden fall ihr bock drauf ja wie gesagt der am muss halt jetzt stehen aber wie gesagt mit den nächsten am ließ also level 52 ja das ist das sollte easy klappen ich weiß nicht ob ich dann leech verwenden werde jetzt erstmal ich mir keinen gemacht weil es am anfang so saudämlich ist weil ich meine gut okay der level 1 der leech der wird ja von haus aus nicht mit aber das war mir jetzt einfach zu blöd plus ich habe tatsächlich glaube ich aktuell keine blinds char den ich dafür benutzen könnte die sind alle eigentlich verbucht sage ich manchmal natürlich kann jetzt einfach allgemein das lager zum beispiel nutzen die ich vom flausch event habe oder so ich will nicht das auszusehen doch mal irgendwo xp überspringen in dem bereich ich meine klaren level 1 der leech kriegt eigentlich nie xp erst ab level 3 oder so aber ich will es nicht riskieren und sonst habe ich echt nicht mehr viele level einsatz aber die meisten habe ich jetzt 15 gemacht und die sind männlich wegen dem letzten event bei der event erinnert euch sicherlich noch dran und dann höchstens meine sette ich jetzt ja aber die werde ich dann vielleicht sogar noch benutzen das ist wie gesagt noch mal anfangen was mir jetzt zu blöd war und es ist schon wieder ziemlich spät geworden ist leider aber noch so viel gerendert habe und während dem renner das aufnehmen war schwierig weil das gibt cpu komplett rip genau aber ja das ist jetzt quasi der plan morgen ist feiertag für mich 15 8 ist nicht überall in bayern aber in jeder katholischen gemeinde ist heute feiertag dann also wenn ihr das video seht und das heißt ich werde es vielleicht sogar ein bisschen noch streamen das muss ich aber gucken weil ich weiß nicht wie ich zeitlich hinkommen und was ich sonst noch machen muss weil ich will noch ein paar sachen klären ich muss noch was für den urlaub machen und so vorbereiten und vor produzieren wollte ich auch ein bisschen jetzt schon anfangen weil nicht dass ich es dann zwei tage vorm urlaub mache weil ich meine ich bin ja über bin form also 27 nachts fahren wir los oder spät abends das wird mittags ankommen also natürlich mit schlafpause zwischendurch safe gehe ich jetzt ich falls keine elf stunden im auto durch das dadurch mal hardcore genau aber ja auf jeden fall bin ich da vom 27 bis zum vierten spät abends weg und dann werde ich sicherlich kein video machen oder keine videos machen also fünfter und ja ich weiß nicht da werde ich wahrscheinlich auch noch ziemlich fertig sein also wahrscheinlich frühestens am sechsten september und das ist seit weit über eine woche oder deutlich über eine woche auf jeden fall und dementsprechend brauche ich da einige videos die vor produzieren will live wird schwierig ja live wird richtig schwierig da werde ich vielleicht sogar diese charts dann nutzen die ohne alles charts dass ich da ein bisschen was mache dass man da vielleicht ein bisschen was vor produzieren können und ja die gut die anderen spiele die interessieren die meisten von euch jetzt eh nicht ich meine da sprechen die aufrufe für sich aber da wird auf jeden fall was kommen da ist ja auch viel leichter beim vor produzieren muss jetzt einfach nur mehr spielen also muss nicht mehr irgendwie an einem tag zehn folgen machen dass ich am ende vom tag überhaupt keinen bock mehr auf das leben ob man nur noch rumhäte sondern ich nehme jetzt einfach jeden tag was auf und dann passt es schon bei fly wie gesagt muss ich gucken ich hatte was geplant aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren so wie ich mir das gedacht habe leider deswegen muss ich mir da was anderes einfallen lassen wie gesagt dann wahrscheinlich mit diesen charts hier und täglich wird wahrscheinlich keine folge kommen weiß ich werde es nicht schaffen irgendwie zwölf live videos vorzuproduzieren also das ist es ist eigentlich nicht möglich außer es kommt irgendein event wo sowas gehen würde aber es gibt eigentlich kein so interaktives event sage ich mal wo man irgendwie so viele videos von machen kann die dann auch wirklich unterschiedlich von anderen sind ich meine jetzt bei der flauschigen invasion fand ich es schon saubblöd dass ich drei videos davon gemacht habe gut okay am ende habe ich es mit einem fetten box opening entschädigt ich denke mal das hat dann schon gepasst aber das sind drei jetzt stelle ich mal zehn oder zwölf videos vom gleichen thema vor ich meine das wäre ein bisschen ein bisschen too much also direkt hintereinander halt auch ich meine das muss ich auch noch geben also ich meine gleiches thema und so das hatten wir schon oft das lässt sich bei weit über 1000 folgen schlecht vermeiden aber direkt hintereinander das das wie gesagt das tue ich euch nicht an und dann wie gesagt muss ich halt gucken ich kaufe mir jetzt erstmal direkt foods sonst vergesse ich das nachher noch ich werde mir jetzt gar nicht so viel zeug kaufen also ich werde jetzt einfach raw irgendwie auf level 52 level ich werde noch vor der strs getten das ding wird halt sein was ist das richtig das ding wird halt sein na wobei eigentlich nicht weil uns die ganze zeit voll supporten und stimmt das vorhin gar nicht zu ende erzählt genau warum ich mich jetzt mit der support ist so ich weiß gar nicht habe angefangen gar nichts zu ende erzählt er spielt keine rolle weil er da ist nicht in der party das heißt ich gebe mir keine seraph buffs das heißt alle buffs die ich jetzt habe hat linmon auch auf level 20 wobei patience tatsächlich bin ich mir nicht hundertprozentig sicher ich glaube das nicht aber das gibt 210 hp und ich glaube auf niedrigster stufe gibt es irgendwie 40 oder 50 oder so und sie hat es nicht mehr auf niedrigster stufe ich glaube es jetzt sogar auf 11 oder 12 also ich kriege 60 hp oder so oh mein gott das ist das ist ungerechtfertigt oh mein gott also ich denke mal das ist jetzt scheißegal das wird niemanden interessieren weiß damals ich hätte es damals einfach so machen soll ein anderer account ist nicht auf asumiau also ich würde es euch auch empfehlen macht niemals einen neben char auf einem account von einem main weil ihr wisst nie irgendwie wann ihr den char mal doch irgendwie anders verwendet und dann ärgert es einen halt einfach nur wenn man es dann halt quasi sozusagen falsch gemacht hat weil wenn ich jetzt wirklich ein bisschen aktiver spiele dann ist es halt einfach wirklich chillig du levelst zum beispiel in astria aber wenn ich jetzt dann ein bisschen mehr spiele dann gehe ich natürlich auch nach astria und nicht mehr in den drecks tower erstes mal gibt er weniger xp also tower gibt er am wenigsten xp und dann ist astria auch das mit den aggro ist kein problem mehr also dass der hem nicht 24 7 am sterben ist das ist natürlich auch ein vorteil und ja aber auf jeden fall werde ich halt dann parallel quasi wie gesagt dass wir den dungeons fahren und so machen muss nicht die ganze zeit umloggen und sparen wir einfach erstens nerven zeit weil das ist übrigens eine sache die ich auch noch erwähnen wollte das hat mich bei der flauschen generation sehr sehr angekotzt das hatte ich schon seit längerem also das habe ich eigentlich schon immer also nicht immer immer aber seit einem jahr oder so also seit ziemlich langer zeit eigentlich ich weiß nicht ob das bei euch auch so ist aber wenn ihr euch auf einer eckse also wenn ich mich auf einer eckse dreimal umloggt passiert nichts aber bei immer beim vierten umloggen beim vierten mal passwort eingeben auf der gleichen eckse habe ich diesen einlog fehler das hat quasi der char sich die ganze zeit noch bewegt da steht gibt niemals ein passwort weiter bla 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 aber du kommst niemals ins spiel du kommst online für alle anderen ersichtlich aber du bleibst immer in dem screen hängen und das habe ich jedes mal also die ich könnte davon beweis video machen wenn es mir nicht glaubt aber ich bezweifle dass das nötig sein wird wirklich bei jeder vierten passworteingabe weil ich habe immer von den chaneln rum geswitcht von vier auf eins und dann wieder zurück wenn ich mal einen guten spot hatte und mal zu schauen ob es auch ein guter spot ist aber das war meistens dark und drei wüste oder so und wenn man glück hatte war es mal auf einen channel umgefahren und auf dem anderen noch ganz gut ganz okay aber die meisten also meistens hat sich nicht rentiert um zu loggen also kurz kurz zu schauen ist ja okay vom zeitaufwand her ich würde sagen wir gehen gleich nach sm aber ich sollte mir noch eine andere waffe kaufen vielleicht 50 davon und dann kaufe ich mir noch schnell nacken und schild und an dem wort war ich nicht kaufen wegen dem hollberg ja und habe wie gesagt jedes mal wenn ich von vier auf eins war war es okay und wenn ich dann wieder zurück auf vier wollte hatte ich diesen bug diesen einlog bug und das weiß ich nicht ob das bei mehreren so ist wäre mal interessant weil das ist das ist eine der wenigen sachen die man in five predikten kann vor allem was mir auch noch aufgefallen ist oder das ist aufgefallen aber was mir passiert ist ich habe mir die amino scripta boxen geholt kaufen wir uns ja wobei scheiß drauf kaufen wir uns einen teureren nacken ist ja vollkommen egal habe ich mir die boxen geholt und habe sie halt im dungeon noch während ich mich geblinkt habe auf b gezogen und da hat man ja nur die acht neun sekunden zeit wie lange halt ein blink blink dauert und habe es halt verkackt also ich war nicht rechtzeitig fertig hatte b noch offen und meine ex hat sich nicht gestoßen ähm also ihr kennt ja sicherlich den bug oder jeder wird ihn wahrscheinlich auch wieder nicht haben und es ist halt bei vlife so jeder hat seine anderen fehler selten sind alle gleich bis auf ghost dc vielleicht das ist einer der wenigen denen wirklich jeder hat ähm oder haben sollte besser gesagt habe ich jetzt noch von nie von jemandem gehört der den nicht hat achso genau ich kann meine statpunkte wieder neu ach funktioniert das ok obwohl das kästchen da oben ist irgendwo ich muss den natürlich full str spielen ist klar aber ich habe ja sowieso ein restat aber sonst mache ich ja gar keinen schaden mit dem sehr klar ähm was soll ich jetzt gerade sagen also ja wie gesagt also wer würde mich interessieren ob den bug von euch mehrere haben weil mir ist halt ziemlich aufgefallen dass es war halt immer ziemlich nervig weil man muss sich das so vorstellen aber im secret job event hatte ich das auch genau ja da war es natürlich noch viel krasser weil das sich hier die ganze zeit umgelockt jedes mal irgendwas gedroppt das sofort umgelockt und das ist wirklich extrem nervig aber ich weiß von anderen leuten also das hat auf jeden fall nicht jeder aber es könnte sein dass es trotzdem mehrere leute haben mich würde es mal interessieren weil wie gesagt mich hat es jetzt eigentlich schon ziemlich genervt ich mache jetzt mal waffen und rüstung tatsächlich aus weil uns das ziemlich stören wird und die ist am anfang 10 15k wert das ist nur ohne alles reihe aber in dem fall jetzt geht es wirklich mal hauptsächlich wirklich nur um die xp das ist natürlich auch eine blöde zeit kein lord xp event um diese uhrzeit weil so spät ist es eigentlich gar nicht mal gut okay doch weil jetzt ja unter der woche ist es heute morgen nicht jeder feiertag nevermind habe ich vergessen tja das privileg der bayern aber das ist halt so wenn man im königreich lebt hat man das privilegieren wie das arme volk weiter nördlich nicht hat das ist einfach so genau aber ihr seht zwölf prozent für den bang also ich schätze jetzt einfach mal pi mal daumen dreieinhalb stunden dann ist man level 52 zum vergleich meine clockbox charts die ich gezogen habe das können wir by the way auch mal wieder machen clockbox aber es waren wirklich die ganze zeit irgendwelche events und das dauert halt schon ziemlich lang das sind wir mit drei charts zu machen und ich habe es auch ehrlich gesagt teilweise ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht vor allem clockbox soll jetzt überarbeitet werden das heißt ich habe mir die charts wahrscheinlich alle umsonst gezogen auch ziemlich nervig sage ich mal aber naja ist mir egal schon level 16 also ja dreieinhalb stunden und wie gesagt die 80er charts zum vergleich von 1 auf 80 2 bis maximal zweieinhalb stunden ein bisschen getrüttet hat aber muss man natürlich auch dazu sagen mit der eine plus 19 blessed clock of light lsd und ja gut das reicht schon zackers bau beziehungsweise jibo aber so weit wird er gar nicht gezogen wie gesagt den mund ist level 76 das heißt ab 52 kann sie in levin und 24 level unterschied habe ich zwar so gesehen noch nie gelevelt ich habe es nur mal ausprobiert wegen den xp als es neu war um die xp grenze quasi zu bestätigen anführungszeichen einfach nur um selber auszuprobieren und dann hat auch getestet ob 25 auch geht aber natürlich nicht da dürfte die xp extrem sein also wenn ich jetzt mutend jedi scale august werden wahrscheinlich ein bisschen zu krassen 9 level höher die sind 27 level höher als der dann wenn er 52 ist also das dürften ziemlich fette xp werden ja vor allem dann werden die xl inzwischen auch aktiv sein also der wird wahrscheinlich fünf bis acht prozent also pro mob bekommen also der wird level ab nach 10 15 mobs haben das wird kein oder sollte kein problem sein genau und dann ringmaster und dann ist ja das wie gehabt dann ist es quasi der linien ersatz genau das mit dem restate ist halt echt geil weil ich weiß gar nicht vielleicht mache ich ihn sogar echt voll ist ja um zumindest low tram noch dann fahren zu können mit der aber mal gucken aber selbst dafür wird schwierig weil ich meine muss ja mehrmals 12k schläge theoretisch überleben können und mit so einem char ist natürlich schwierig die ap hochzahlen aber egal das ist ein problem für einen anderen tag genau als erst mal wie gesagt voll ist der zum leben weil sonst das kompletter schwachsene wenn ich jetzt vor dem machen würde hätte ich ja gar nichts davon vor allem wenn ich eh schon ein restate geschenkt bekommen ist ja egal und ab master kriegt man eh nochmal eins also man kriegt kein restate aber man kann nochmal neu verteilen das heißt dann könnte man sich immer noch umentscheiden von entweder full support auf doch mal voll str oder andersrum wo das ja auch für support das kann man dann einfach festlegen genau sonst ja ein paar leute meinten ich hätte ultra das pech bei dem box opening gehabt tatsächlich glaube ich jetzt tatsächlich erst ehrlich gesagt nicht den kommentar den jemand geschrieben hat von joshi weiß jetzt nicht welcher joshi das ist weil ich habe ungefähr also gefühlt sind es drei oder vier oder so deswegen weiß jetzt nicht welcher das ist aber ist egal was er so geschrieben hat weil er meinte irgendwie 220 boxen einer hatte über 20 pet energies rausgezogen also und dann hat jetzt auch jemand kommentiert das ist sehr unrealistisch also da muss ich auch sagen also ich bezweifle jetzt mal dass ich so viel pech hatte also ich weiß von anderen leuten vom hören sagen früher habe ich das event wie gesagt nicht gefarmt und das einzige mal wo ich per thema boxen geöffnet habe waren es knappe hunderten hatte ich eine per energy glaube ich und vom hören sagen weiß ich auch also so aus 150 ist so das meiste was so die leute öffnen im schnitt ja das ist einfach so die ausbeute von einem event wenn man es nicht also wenn man es halt harmlos fahren dass jemand wieder ein stündchen oder ein halbes stündchen oder so für eine woche oder zwei wie je nachdem wie lange es geht und da ist die ausbeute ich immer so maximal eine pet recovery s und ein bis wenn du viel glück hast wirklich drei pet energies deswegen ist aus 20 boxen 20 pet energies also das ist eigentlich unmöglich vor allem dass es in jeder zehnten box also das ist ich hatte 453 boxen ab 7 bekommen keine pet recovery s also das ist halte ich auch für eher unrealistisch also falls sie das leute gesagt haben dass sie das so gehabt haben also ich bin mir ziemlich sicher dass die gelogen haben oder viel mehr boxen hat meins von beiden weil das kann eigentlich nicht sein und wenn doch dann gut dann hatten sie wirklich also dann hatten sie ein sechster im lotto weil das ist wirklich fast unmöglich würde ich fast behaupten aber wie gesagt ich bin jetzt sozusagen beim flauschige event eher nubi das ist das dritte mal dass ich überhaupt wirklich gefarmt habe davor wenn überhaupt zehn packages oder sonst was also ja aber gut ich meine so viel gibt es da eigentlich nicht zu wissen ich meine das einzige was man da wirklich erfahrungen drin sammeln kann ist boxen öffnen und herausfinden wieso die chancen sind aber ich denke mal aus 450 boxen kann man auch schon ein bisschen was rauslesen wieso die chance ungefähr ist natürlich man kann immer pech und glück haben aber ja ich denke mal nicht so viel zu müssen normalerweise so wir sind jetzt bei 27 ist natürlich ziemlich krasse man sieht dass es geht ultra schnell so wie gesagt das wird nicht lange dauern und dann passt es auf jeden fall mir fällt gerade auf ich hätte jetzt schon treue level starten können aber es ist egal weil ich sie gerade offline genommen habe weil ich vorhin gemerkt habe dass ich kurz meinen frame drop hatte ich auch die ganze zeit ich habe auch 58 fps andauer das läuft heute nicht wirklich flüssig also wenn ich so schnell hin und hergehe es geht die meiste zeit aber ab und zu ist mir so ein kleiner hänger aber ich weiß nicht woran das liegt ich habe jetzt gerade sechs echsen offen gut okay ich habe ein paar browserfenster noch offen was eigentlich beeinträchtigt sowas die aufnahme nie also meistens habe ich sieben echsen offen und da ist auch oft noch der browser offen deswegen keine ahnung was da los ist aber ich muss zugeben mein pc war seit freitag nicht mehr aus also das stimmt nicht ich habe ihn zweimal neu gestartet aber eigentlich läuft er seit freitag fast durchgehend weil meine eltern sind tatsächlich im urlaub ja ich habe diese woche sozusagen sturmfrei bis auf einen bruder halt aber das war letztes mal sich sturmfrei hatte und den ersten 24 stunden stream gemacht habe genauso da war mein bruder ja auch da genau aber ich habe damals beim 24 stunden stream gesagt es ist nicht sicher ob sie tatsächlich fahren plus ich muss diese woche auch arbeiten also das heißt der einzige freitag den ich diese woche bis eben der feiertag und ich meine es wäre schwachsinn am feiertag 14 stunden stream zu machen und dann wäre es auch ganz normal an der wochenende gewesen das heißt es hätte sich nichts unterschieden von dem wo von dem wochenende wo wir es gemacht haben vor allem weil man es eh nicht gemerkt hat dass meine eltern da waren ich meine natürlich es war nicht ganz so chillig sag ich mal weil du halt mit dem wissen dann aus dem zimmer gehst ja alle anderen wissen jetzt dass dir quasi 24 stunden nur gezockt hast war nicht so geil und sich dann so cringe den fragen zu unterziehen quasi und wie war es so sucht die also so natürlich nicht aber gefühlt zumindest ja ist natürlich auch nicht so geil so am besten ist natürlich immer so was einfach alleine ist ganz klar aber hätte jetzt so viel keinen unterschied gemacht und ja keine ahnung also es ist jetzt blöd gelaufen sage ich mal dass ich diese woche nicht frei hätte weil sonst wären natürlich viele streams gekommen und so bei sturm frei aber da ich diese woche einfach ganz normal arbeiten muss habe ich davon jetzt sozusagen nicht viel aber ich meine eltern fahren nicht weg damit ich die ganze zeit durch suchen kann und gar nicht mehr schlafen quasi nur noch am zocken bin sondern die fahren ja weg einfach nur weil sie urlaub machen wollen und nicht dass irgendwelchen anderen gründen gut okay eine pause von mir weil ich den ganzen tag daheim sitze kann auch sein aber stimmt kann ich bin den ganzen tag den ganzen tag auf der arbeit aber trotzdem genau ja aber wieso mein pc hat nicht mehr aus weil ich hab mir einfach ja bei denen für die ganze zeit jetzt afk shops offen gehabt immer permanent und hat auch den shop titel von asemio voranzubringen weil es jetzt momentan eh nicht so heiß ist zum glück also ihr habt ihr wahrscheinlich auch mit also ich weiß nicht wie es sonst in deutschland ist ich habe jetzt nicht so viel kontakte außerhalb von deutschland oder ich unterhalte mich meistens nicht über das wetter aber bei uns ist jetzt momentan ziemlich okay gewesen die letzten tage also schon war also wenn man irgendwie war also ich bin wenn ich fahrrad fahrt oder so dann schütze ich danach schon wie sauber es reicht auch 25 grad bei anstrengung dass ich ziemlich stark schmerzlich schmitze allgemein extrem viel unabhängig von dem was ich mache also zb jetzt sitze ich hier und ich klebe an meinem stuhl obwohl es in dem zimmer nicht mehr 25 grad hat gerade mal 25 grad vielleicht es liegt einfach an mir also ich schwitze einfach sehr viel aber die temperaturen sind jetzt eigentlich voll runter gegangen geht eigentlich total klar und dementsprechend finde ich es nicht so bedenklich den pc die ganze zeit laufen zu haben wenn es jetzt jeden tag über 30 grad hätte das wird es erst wieder am donnerstag haben zumindest laut wetterbericht aber die stimmen eh fast nie die wetterberichte von dem her scheiße ich da ziemlich drauf aber ja fand ich es jetzt wie gesagt nicht so bedenklich den pc so oft laufen zu lassen ich habe jetzt nur immer neu starten müssen wir live teilweise einfach keine fenster mehr auf hatten machen lassen das weiß nicht ob das auch jemand kennt ist auch so ein bug manchmal einfach so du spielst du öffnest ganz mal deine fly fans das zu fünf geöffnet merkst du euch bräuchte kurz ein chart zum handeln bis sechs ist aufmachen und es geht nicht mehr auf weiß nicht woran das liegt aber selbst wenn alle fly fenster beendet kannst du keins mehr öffnen da hilft immer nur ein pc neustart das ist auch so was das sind so sachen die werde ich mir niemals erklären können das ergibt einfach keinen sinn und das sind auch keine komischen programme von mir offen weil ich mache immer das gleiche ich habe immer nur mein google chrome meine aufnahme denken ordner lautstärke mixer vielleicht noch und live offen und ich meine ich weiß nicht was da anders sein soll das ist immer das gleiche also keine ahnung was ich da veränder dass es dann immer nicht mehr funktioniert aber ja keine ahnung genau ja aber ich glaube ich habe jetzt genug zugetextet ich wollte gerade sagen wenn ihr irgendwelche fragen habt aber keine ahnung warum ihr fragen haben solltet also ja ich hoffe ihr freut euch dass ohne alles ein bisschen weiter geht ja jetzt dann halt mit 9 char aber ich habe zumindest das moon thema beibehalten ich habe mir auch kurz überlegt jetzt sagt mir bitte nicht dass ich das hätte machen sollen weil sonst würde ich mich jetzt selber ein bisschen hassen weil ich werde es jetzt nicht noch mal machen ich habe jetzt ein bisschen gedacht so es wäre echt schon geil gewesen das habe ich mir genau in dem moment gedacht dass ich den char erstellt hatte man kann den char ja leider nicht mehr löschen auch gut okay ich habe jetzt eben einen account für den char steht und meine anderen account sind schon wieder alle voll waren bei den letzten freien spot den ich mir erstellt habe war es die getrob-lager genau da ist die jetzt drauf und aber genau als ich den char erstellt habe dachte ich mir so eigentlich wäre es ja saukool wenn die weiblichen chars der ohne alles serie immer moon heißen und die männlichen dann irgendwas mit sun also zb kano sun oder so aber der zug ist abgefahren der zug ist abgefahren boys und girls also das ist jetzt leider zu spät aber der geistesblitz ist mir etwas verloren gegangen also das hätte ich etwas früher machen sollen aber ist jetzt egal ja finde ich jetzt nicht so schlimm was ich bin mit dem namen trotzdem also mit dem moon film sozusagen jetzt trotzdem eigentlich zufrieden passt schon und ja so erkennt man hat vielleicht besser die zugehörigkeit ja außerdem würde dann wahrscheinlich auch nicht das ist jetzt zum beispiel als hätte ich vielleicht sowieso anders genannt ich weiß auch nicht woher das kano kommt ich hab's mir einfach ausgedacht und dazu gemacht aber theoretisch wenn ich ihn kano sun genannt hätte dann hätte niemand kano sun gesagt sondern jeder kano sun oder so ein scheiß und dann wäre es eh verloren gegangen das theme und dann hätte es sowieso keiner gecheckt dass die chars zusammengehören oder dass da irgendeine verbindung besteht und so ist es glaube ich offensichtlicher wenn dann loon moon und kano moon oder so dasteht genau aber ja wir haben schon level 24 also wie gesagt ich denke mit meiner schätzung werde ich ziemlich richtig liegen die mobs sind ja nicht stark das ist mein selbst wenn du hier so lange brauchst ich meine 15 prozent oder so von mob bekommst dann ich meine juck dich das nicht ob du da zehn oder 20 stege verbrauchst also das ist kein problemo das heißt bevor ich morgen streame wird der char wahrscheinlich sogar 52 schon sein vielleicht sogar ringmaster keine ahnung weil die amplis die laufen jetzt seit noch 23 stunden 33 minuten also sprich bis ich ins bett gehe morgen weil ich ja dann am tag darauf wieder arbeiten muss weil ich jetzt extra so gemacht dass ich die auf jeden fall nicht voll nutze weil ich jetzt dann am schluss gleich schlafen werde weil ich kann jetzt mein schlafrhythmus nicht wirklich verändern bei einem freien tag aber dass ich auf jeden fall gut ausnutzen kann dass sie halt nicht so ins leere laufen dass ich jetzt quasi länger wach bleiben weil jetzt laufen sie ja ziemlich genau um 0 uhr aus und nach einem freien tag ist sage ich mal 0 uhr ins bett gehen normal ja und ich werde es eh nicht bis zum letzten ding ausnutzen weil solange der ringmaster wird reicht das absolut und das einzig was er wirklich werden muss während den xlm bis jetzt 52 und wie gesagt das ist überhaupt kein act das zu schaffen ja aber jetzt wirklich ausgequatscht ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen wie gesagt hoffe ihr freut euch dass ideen entwickelt werden hier um die serie fortzuführen und es weitergeht auf jeden fall immer in so einer eventlosen zeit werde ich auf jeden fall nebenbei spielen aber wohlgemerkt nebenbei also nicht so wie früher wo ich dann wirklich online gekommen bin um nur den ohne alles chart zu spielen sondern es wird so sein ich komme online um also miau oder um weiter geld zu verdienen dann schon waren es whatever zu machen und nebenbei wird ohne alles gemacht ja also nicht verwechseln jetzt also es wird weiterhin so sein der haupt zeitaufwand wird auf jeden fall für die main charts aufgewendet und ohne alles ist nur nebenbei ja das ist immer noch mein haupt ding daran hat sich nichts geändert ich mache es nur eben wie gesagt um einfach nur irgendwas zu bringen und einfach mal zu schauen wie es dann weitergeht weil meine ohne alles charts waren nie höher ich weiß nicht mehr ganz genau welches level hatte aber ich glaube ich glaube 81 82 83 irgendwie sowas das heißt ja dann noch nie ein ohne alles master chart ich noch nie zum beispiel das wäre interessant ob ich das mal schaffe oder ich meine gut schaffen es relativ weil ich meine musste einfach nur leveln dafür aber es wäre auf jeden fall eine kleine challenge und auch allgemein einfach einen höheren ohne alles chart und vielleicht auch ein ohne alles chart der noch mal ein richtig deutlich besseres equip hat wobei ich sagen muss ele miau jetzt rede ich schon wieder weiter wo ich die folge schon dreimal wenden wollte wobei ele miau eigentlich ein ziemlich gutes equip hatte weil sie hat ja ein ziemlich gutes mio run set und was hatte die noch mal einen schmuck ich glaube da ist ja auch ziemlich gutes also ele miau hatte sogar ziemlich gutes equip im vergleich jetzt zu lohn mond die hatte eigentlich nur die du zackersorts und alles andere sehr hauptsächlich schmuck plus 3 fast ein kleines rest kann nur ein bisschen gut erweckt und gut okay einiges an cs was jetzt doch ein bisschen wert hat aber gesamte sich kommt kommt nicht mal auf zwei minhalle wahrscheinlich also mehr als bescheiden und allein das set von ele miau ist glaube ich easy oder gut zwei minhalle auf dem rano aber zwei minhalle auf deboss verhältnis der locker wert also von dem her ja aber schauen wir einfach mal wie es weitergeht und wie gesagt jetzt wirklich bleibt mich recht herzlich fürs zusehen macht's gut rein bis nächstes mal und tschau tschau